Ja, hallo, wir sind hier vor der Kaiserslautern Friedenskirche. Wie auch bei allen Kirchen ist hier die Tür geschlossen seit einigen Wochen, um uns alle vor der Ausbreitung von Corona zu schützen. Aber die Friedenskirche ist die einzige Kirche in Kaiserslautern, die einzige evangelische Kirche, die sonntags zwar geschlossen bleibt, aber in der Leben weiter geschieht. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr senden wir hier einen Live-Gottesdienst für Sie via Internet. Sie finden den Kanal auf www.kirchen-kl.de und wenn Sie kein Internet haben oder Ihre Angehörigen, ist das auch kein Problem, denn wir übertragen auch auf dem offenen Kanal Kaiserslautern und auf Karnet. Also, sonntags 10.30 Uhr, Friedenskirche, evangelischer Gottesdienst. Bis dann, ciao!